so mp5 und pss haben das community voting gewonnen ich habe eigentlich gedacht dass ihr mich mit dem goldenen revolver und der scorpion losschickt aber okay danke also jetzt hier mp5 und pss viel spaß erstmal zur comm station dann zum verbarrikadierten gucken und dann gucken wir mal was sich noch ergibt das ist bestimmt die comm station wo ich hinlaufe das ist bestimmt die comm station wo ich hinlaufe das ist der barriere nettyp der ist rausgegangen über lebensrate pushen oder verarscht der mich und der ist hier irgendwo naja drop wird bestimmt irgendein scheiß drauf sein so so Schnell, 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 schnell. Mal was. auf den einzigen getroffen hat wahrscheinlich noch die schlechtere aber auch noch etwas als ich hier ja das heißt schlecht so schlecht ist die mp5 herrlich ok der ist da da kann nichts gutes drauf sein auf dem auf dem drop wo kommt der denn her da Okay. Okay. Bye-bye. Das ist der nächste. Kann doch gar nicht sein. War der Meinung, ob er was gehört? So, auf dem Dach. Oder, dass doch ziemlich viel Gutes drauf. Und der Typ will sich das holen. Okay. 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 Ich nehme eine Lichtung runter. Okay. 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 2 Wo ist jetzt der doofe Seife? Was ist denn das? Steht der hier auf dem Dach? Ne Wo ist denn der blöde Seife, ey? Okay Ich trage noch kurz von Lohr Ist doch noch kurz von Lohr Schaffen wir So nahe wo die anderen am Exit waren müsste eigentlich leer sein oder irgendwer versteckt sich So nahe wo die anderen am Exit waren müsste eigentlich leer sein oder irgendwer versteckt sich Oh Was war der letzte? Was ist der? Den hat er abgeräumt oder nicht? Nee, hat er nicht abgeräumt. Raus hier. Da muss ich nachher verstecken. Totkopf blinkt noch. Das war eine sehr erfolgreiche Runde würde ich sagen. Allerdings war das nicht die einzige Runde die ich gespielt habe. Outtakes seht ihr morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's 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 für funk, 2017